Kann man auch von Alpakas Milch holen? Oh! Oh shit! Oh! Leute, herzlich willkommen zurück zu... Lol. Äh, hat man das alles gehört? Äh, ich glaube ich hatte ein Anfangslag. Wenn ihr nichts gehört habt, dann nochmal herzlich willkommen zu Craft Attack 4 mit mir, was sie zorgt. Und ja, äh, letzte Folge hab ich's endlich... Nein, ich hab gestreamt gestern. Leute, ihr müsst den Stream angucken. War ziemlich nice, ziemlich cool. Ich hab einiges erreicht. Und, ähm, hab mit Yves ein bisschen gechattet. Oh, war schön, ne? Ähm, so. Was ich euch zeigen möchte, ist... Äh, folgendes. Ich habe angefangen, die, ähm, Jump-Dinger da zu bauen. Und ich war meinen, Leute. Ich war tatsächlich ein bisschen unter der Erde. Und habe gemeint. Äh, Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Wo hab ich denn meinen Loot hin? War das, da muss auf jeden Fall nochmal hier in den Ofen. Das kann raus. Das kann, äh, rein. Das da. So, hier. Ich hab, äh, mir noch mehr Diamanten organisiert. Das Eisen packen wir mal hier rein. Äh, ja. Ja, ich hab hier ziemlich viel Koppel noch drin. Aber was soll's. So, äh, ich möchte nämlich hier ein bisschen an den Jump-Ding da weiterbauen. Und dann nachher noch einen Kuchen machen. Was, hä, für was brauchst du einen Kuchen? Ich brauch für Yves... Oh, äh, ich sollte da drauf landen. Weil dann bekomme ich keinen Fallschaden. Gut gemacht, Basti. Gut gemacht. So, zack, 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 zack. Das soll natürlich bis hier unten sein. Es soll halt alles schön aussehen. Deswegen baue ich hier da ein bisschen weiter. Ich hab nämlich auch, äh, ganz viele Stone-Bricks. Deswegen, deswegen war ich ursprünglich auch mein. Weil ich hatte, aus irgendeinem Grund hatte ich gar kein Holz mehr. Und das war ziemlich doof. Aber jetzt hab ich wieder Holz. Jetzt ist wieder alles gut. So, ich bin nämlich am Überlegen. Ich glaub, das hier wird auch zu Holz. Und hier kommen Blätter rein, wenn ich mich nicht täusche. Und das da, der Boden hier, den mach ich auch aus Stone-Bricks. Und die Tür da sollte auch, also dieser Raum hier, das da sollte auch Stone-Bricks werden. Aber ich bin jetzt am Über... Obwohl, komm, nee, das machen wir einfach so. Hier ist Stone-Bricks hin. Wow, 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 wow. Wow. Shit. Da sollte ich besser drauf achten, Leute. Ja, da sollte ich ein bisschen besser drauf achten. So, der Eingang wird Stone-Brick-mäßig gemacht. So, warte, kurz, muss ich essen? Holy shit. So, wo sind die Stone-Bricks denn hin? Da sind sie. Okay, gut. Also der Eingang, also das hier wird Stone-Brick-ig. Dann kommt hier einmal das da hin. Und darüber... Muss ich kurz gucken unten, ne? Weil da hab ich ja schon gebaut. Und ich hab übrigens die Treppen abgerissen. Oh, hi. Ja, äh, brenn mal bitte. Burn. Oh, lol. Der hat voll den Däne-Tor gemacht von Herr der Winger. Habt ihr das gesehen? Oh, ich hoffe, ihr wisst, was ihr meint. So, Hauptsache ich brenne jetzt nicht. Alles gut. So, ich hab hier unten den Weg jetzt endlich hingebaut, dass man hier schön dann reinjumpen kann. Und muss man auch einfach nur noch alles, äh, einen Feinschliff geben. Ich muss jetzt nur kurz gucken. Leute. Du, Otto. Brenn bitte. Oder sterb. Genau, so. Äh, ganz kurz gucken, wie ich das da unten gemacht habe. Und zwar ist das Glas außerhalb. Okay, das ist irgendwie nirgends wie dran bef... Nirgends wie. Nirgends dran befestigt, sondern ist einfach... Ich muss nur kurz gucken, wie ich das so gemacht habe. Also, das ist freistehen. Okay. Und da ist dann auch nochmal Holz drin. Und dann ist da nochmal Blätter. Okay, gut. Ich weiß jetzt, wie ich's machen muss. So, weil ich habe drei, äh, grünes Glas. Drei grünes Glas hab ich noch hier am Start. So, wir können hier rein, können easy peasy hochspringen, können weiterlaufen und können dann da easy peasy hochspringen. Mega cool, finde ich die Sache hier. So, das Glas beginnt dann an, äh, dieser Stelle hier. Zack. Zack. Und dann baut es eben hier drauf auf. Und dann ist es freistehend. Hier reinkommen dann Blätter und, äh, hier an die Seiten kommt hier das da natürlich. So. Soll natürlich cool aussehen. Deswegen machen wir das so. So, die Blätter kommen hier an die Seite rein. Ähm, keine Ahnung, wann ich das mach. Aber jetzt machen wir erstmal hier das da. Und dann möchte ich noch ganz kurz den Kuchen machen für Yves. Hallo. Yves hat sich den Kuchen verdient, Leute. So. Ähm, gucken wir jetzt mal, dass wir da reinkommen. Ich muss da rein. So, warte mal. Wir springen hier hin. Gehen da hin. Oh, verdammt. Ich hab gefehlt. Gut, dann muss ich mich so oder so hochbauen. Moment. Zack. 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 Genau. Ich muss hier rein. Und dann machen wir mal das Fix. Ui, 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 ui. So. Weil das soll ja schick aussehen nachher. Also Sand muss ich auch noch organisieren dann. Aber ich denke, das mache ich offscreen. Oder wieder in einem Stream. Könnt ihr mal in den Chat schreiben. Äh, in die Kommentare. Was sag ich? Chat. in die Kommentare schreiben, ob ihr beim Stream dabei wart oder nicht. Würde mich mal interessieren... So, gehen wir mal kurz hier raus. Denn das muss alles so sein. So, zack, 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 zack. So, und dann muss ich mich hier irgendwie in der Sicherheit bringen. Obwohl wir machen, dass da... Nein! Normalerweise bekommt man da keinen Fallschaden. Aber ich bin zu blöd. Ich kriege immer Fallschaden. So. Ich brauche drei Eimer, Leute. Ich brauche drei Eimer und ich brauche Kühe. Soweit ich weiß, hat Revi-Kühe. Äh, Moment, ich muss hochgehen zum Eifen. Wupp! So, guck mal, wie schön das einfach ist. Wenn man einfach so schön hochjumpen kann. Habe ich hier einen Eimer? Da habe ich einen Eimer. Aber da ist Wasser drin. Habe ich noch irgendwo einen Eimer? Eimer... Ne, das nehmen wir mal mit. Dann mache ich mir kurz noch Eimer. Äh, ne, kein Eimer. Kein Eimer, kein Eimer. Dann mache ich mir fix nochmal zwei Eimer. Denn die brauche ich ja. So, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Genau. Und Getreide. Habe ich hier irgendwo noch Getreide drin? Ne, es schaut irgendwie nicht danach aus. Wir brauchen Milch, Leute, für die Kühe. Weil, äh, ich brauche, äh... Dingens, äh, Milch für den Kuchen. So. Zack, zack. Äh, was mache ich damit eigentlich noch? Kann man das Wasser... Komm, wir schütten das Wasser mal da hin. Zack. Und machen hier zu. So. Jetzt habe ich hier den Eimer. Zack. So. Okay. Dann ab zu Revinzeit. Ne? Bei Revinzeit holen wir uns das. Und jetzt, guck mal. Ich kann eigentlich hier easy runterspringen. Hä? Warum bekomme ich jetzt wieder Fallschaden? Hä? Ich dachte, ich kriege da keinen Fallschaden. Mensch. Das ist jetzt natürlich doof, ne? So. Da muss ich alles noch schön zum Runterjumpen, dann schön hinbauen und so weiter. Aua. So. Alles gut. Und dann gehen wir hier lang. Zu Revinzeit. So. Revinzeit kühe melken. Und dann für Eve einen Kuchen backen. Und dieser Kuchen ist sozusagen... Also ich stelle den Kuchen auf. Ich stelle eine Kiste auf. Und das ist dann die Einladung zu einem Picknick. Okay, Leute? Ich denke, das ist eine sehr gute Idee. Ich denke, das ist eine Weltklasse Idee, einfach einen Kuchen für Eve zu backen. Ich hoffe, sie mag Kuchen. Das wäre natürlich ein Traum, wenn sie das mag. Und ja. Äh. Ich meine, Eier. Ich glaube, ein paar Eier habe ich. Getreide brauche ich. Und ich brauche... Ein Zucker. Ja gut. Eine Zuckerrohrfarme habe ich sowieso. Den Rest habe ich einfach. Alles am Start. Von daher ist das eigentlich gut. Deswegen ist das einfach nice. So. Ebenso mal was. Und sind gleich da. Ich meine, gut, ich hätte auch fliegen können. Aber Leute, ich als Verkehrsminister. Ich muss die Wege hier nutzen. So. Ich muss die... Also ja, weil ich habe die Wege hier gebaut. Deswegen muss das hier funktionieren. So. Also ich glaube, mit einem Pferd wäre man ultra schnell einfach auf den ganzen Wegen hier. Deswegen, wir sollten nun... Äh. Was baut... Lol. Da ist einfach Schnee überall. Womit ist da Schnee? Oje, ne. Da ist Schnee. So. Zu Revi. Zu König Revi. Ist er denn noch König? Ich warte... Wann finden eigentlich die Wahlen statt, Leute? Habt ihr da eine Ahnung? Ich will endlich wählen, wer neuer König oder Königin, wie zum Beispiel Eve, äh, wird. So. Ups. Da unten geht es zu den Kühen. So. Also der Revi, der hat hier ein riesiges Gelände, so wie es aussieht. So. Und jetzt holen wir uns mal das Milch. Das Milch. Kann man auch von Alpakas Milch holen? Oh. Oh shit. Oh. Ich sitze auf dem Alpaka. Und ich hole Milch. Äh, jo. Leute, wie komm ich hier raus? Ach da. Da, da, da. Ups. Okay, das war nicht wirklich geplant, dass ich plötzlich auf einem Alpaka bin und da rumreite. So. Ähm. So. Ups. Einfach mal hier drüber laufen. Ich hab meine drei... Oh, warte mal. Hat er hier ein Getreidefeld? Ah, ne, hat er nicht. Gut, ich hab alles, Leute. Ich brauch nicht mehr. Ich krieg das hin. So. Und dann, äh, können wir uns einen schönen Kuchen backen. Äh, nur stelle ich den dann, glaube ich. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht nächste Folge stelle ich ihn dann, ähm, bei Eve hin. Ich weiß nicht. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ich in die Nachricht reinschreiben soll. Also den Kuchen möchte ich aufstellen und ein Schild dazu und eine Kiste und natürlich eine Nachricht. Was soll in der Nachricht drinstehen? Dass ich Eve zu einem Picknick einlade oder... Ja, ähm, ähm, schreibt einfach mal Kommentare. Ihr seid ja sowieso so kreativ wie noch was. Von daher, glaube ich, habt ihr da bestimmt sehr, sehr gute Ideen. Da bin ich nämlich richtig gespannt drauf. So, ich lieb's, eure Kommentare zu lesen. Also, die guten Kommentare lese ich natürlich gerne. Leute, die einfach nur flamen oder irgendwas, die überfliege ich dann immer ganz gekonnt. Weil mich sowas überhaupt nicht juckt und sowas überhaupt gar nicht, äh, hier in meinen Channel gehört. So. Und deswegen, ja. Jeder Einzelne, der kurz am Flamen ist oder sonst was. Äh, ja. Ja, 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 ja. Hui, es ist irgendwie schon ein langer Weg. Nice wär's natürlich noch, wenn irgendwie jeder so seine eigene Strecke hätte. Also, das war seinen eigenen, ähm, wie heißt's, äh, sein, sein Minecart irgendwie angeschlossen oder so. Wäre natürlich auch blendend so. Pounce. Ey, das ist so cool mit diesem Hochspringen. Ohne Witz, das ist mega nice und das erleichtert alles so unfassbar. Hui. Ohne Witz, ich find das so geil. So, zack. Und ist halt noch nicht fertig, aber gut. So. Jetzt sind wir oben. Dort wird man uns loben. Ich hol mir Getreide. Und dann machen wir Barke, Barke. Kuchen, die Becke hat gerufen. So. Wo ist Getreide? Da ist Getreide. Komm, dann machen wir's aber jetzt nicht so, dass wir alles irgendwie abernten. Wir nehmen nur, hier ist das so ein bisschen. Zack. Und, äh, zack und zack. Der Rest soll mal noch schön nachwachsen. So, so. Denn mehr brauch ich auch gar nicht. Zack. Okay, wachs mal schön. Hier die automatische Kakaofarm muss ich noch bauen. Und dann ist alles gut. So. Äh, wo war denn, äh, da haben wir ein Ei schon mal. Da haben wir nochmal zwei Eier. Ich brauch noch ein Zuckerrohr. Da haben wir nochmal ein Zuckerrohr. Okay, gut. Jetzt wird gebacken, Leute. Äh, also, wir, ein Zucker. Zwei davon. Dann eins, zwei, drei Milch. So. Und, und das. Oh, das war falsch. So, so, so. Nee, Mann. Da war's ein Ei. Und zwei, äh. Ja, geil. Okay, ähm. Wir brauch nochmal. Wo ist es denn hin? Hä, wo ist es? Da. So. Dann war's zwei Zucker. Mann, Leute. Oder ist das Rezept jetzt komplizierter? So, ein Ei. Zwei Zucker. Dann, äh, das da. Und da unten war doch eigentlich immer die Milch. Wenn ich mich nicht täusche. Nee, dann war's so. Ja, ich hab'n Kuchen. Und wer sich fragt, welche Sprache das Ganze ist. Das, äh, ist holländisch. Ja, so. Ich hab'n Kuchen gebacken für Yves. Lalalala. 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 Okay, gut. Äh, wir gehen mal ganz kurz nochmal hier die Zuckerrohrfarm ernten. So, und wisst ihr, warum ich da keine Observerblöcke dran mache? Das Ding ist einfach, wenn ich jetzt zufällig hier vorbeilauf an der Villagerfarm ist, dann aktiviert sich das, weil ich in der Nähe bin. Aber ich kann's dann nicht einsammeln. Ich möchte das Ganze immer nur einsammeln, wenn ich in der Nähe bin. Das ist am praktischsten. Und es passt einfach am besten, Leute. So. Okay, dann würde ich sagen, wir genießen den Sonnenaufgaben. Diesen Sonnenuntergang, äh, Sonnen, ja, Sonnenuntergang, den widme ich Yves. Ach, ist der nicht schön. Stellt euch vor, ein Picknick Yves und ich und dieser Sonnenuntergang. Wahnsinn. Leute. Und damit verabschiede ich mich von der heutigen Folge Craft Attack. Vergesst nicht, das Video zu bewerten und einen Kommentar da zu lassen, Leute. Das wird mich auffreuen, ne? Also, manchmal bekommen die Craft Attack Folgen 10.000 Aufrufe, aber warum keine 10.000 Likes, Leute? Schauen wir die 10.000 Likes. Auf geht's. Bis dann. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.